Ich will tanzen, nicht hier so blöd rumsitzen. Ich stell mich auf die Straße. Jenny, es ist scheißdunkel! Nimmst du was mit? Ich fahre in zur Schmuttenkalle. Wie heißt du überhaupt? Miguel. Hallo? Hast du heute Nachmittag schon was vor? Bist du aus Portugal? Ja, aus Faru. Du bist der schönste Mensch, der mir je begegnet ist. Ach nee, ist ja süß. Miguel? Wer ist das? Miguel? Miguel? Ich bin nicht der, du denkst, dass ich bin. Ich liebe dich. Kannst du wirklich mein Bruder sein? Bin ich aber nicht. Kannst du aber sein. Solange du dich nicht ausziehst. Jenny, dein Miguel ist leider kein richtiger Miguel. Keine Ahnung, es gibt kein Miguel. Ich bin nicht Miguel. Was hast du denn erwartet? Dass sie laut die Huf schreit? Miguel wird uns beiden auch Schwierigkeiten machen, wenn du nicht irgendwas unternimmst. Ich bin nicht ein, du denkst. Kannst du nicht mehr als deine Hufschreit? Ich bin nicht mehr als nein, ich bin kein Geist. Untertitelung des ZDF, 2020